Einen wunderschönen guten Tag naturalen Bodybuilding Freunde. Wir sind jetzt bei Woman Physikklasse und zwar auf die Bikini dürfen auch die Steine sein und mit Schuhe Sandalen. Das auch die Absatz maximal 13 cm und die Platte bis zum 2,5 cm. Beine stehen richtig gestreckt zusammen. Die Hüfte ist ein bisschen nach hinten versetzt, Brustkorb ganz hoch, Schulter runter und auch die Ellbogen ein bisschen auseinander in den O-Bereich. Dann wird das die Kommando für die Vierteldrehung nach rechts. Da kann man ganz leicht genau gehen, stehen in der Pose, drauf achten, Bein kann auch gestreckt sein, kann ganz leicht gebeut sein. Die Hüfte ein bisschen nach hinten versetzt im Hohlkreuz. Da bei Drehung sieht man auch ganz schön im Blatt und Blick nach vorne. Viertelrehung nach rechts, geht man zum Rückenansicht, Beine wieder zusammenstellen, genau, im Hohlkreuz, Brustkorb nach vorne und Blick auch nach vorne. Viertelrehung nach rechts, Schritt nach hinten, genau, gestreckte Bein, ganz leichtes im Hohlkreuz, Brustkorb hoch, Blatt auf und Blick nach vorne. Viertelrehung nach rechts, Schritt nach hinten, Beine zusammenstellen, Hüfte ganz leicht im Hohlkreuz, Brustkorb hoch und Blick nach vorne zum Schultern. Dann kommt die zweite Runde mit Pflichtposen. Die erste Pflichtpose, Doppelbizeps von vorne, Bein kann versetzt werden, ob nach vorne oder nach hinten, das ist beide erlaubt. Genau, Hüfte ist leicht nach hinten versetzt, Brustkorb hoch und das Doppelbizeps sieht man richtig schön bei vorne und Hände sind offen und Blick nach vorne. Dann bitte seitliche Brustpose, Lieblingsseite, genau, hier drauf achten, Bein kann auch gestreckt, auch gebeugt sein, das kann man richtig seitlich ganz gut sehen. Seitliche Trizepspose, sehr schön, Bein kann auch gestreckt sein, auch gewinkt sein, das kannst du auch ganz leicht im Winkel nehmen, das ist auch erlaubt, genau, so oder so, ist beide möglich. Genau und dann geht am Rücken an sich zum Doppelbizeps von hinten. Leichte Versetzung von rechts, Bein, genau, Hände sind offen, Blick nach vorne und Hüfte ganz leicht im Hohlkreuz. Und die letzte Pose, Bauch und Beine, dreht man sich nach vorne und stellt sich mal in die Pose rein, sehr gut und wieder zum Vorderansicht. Sehr schön, Dankeschön. In der Woman's Physik ist auch Q erlaubt, das heißt, das ist Freiwahl. Wir haben einen oder anderen Punkt, vielleicht nicht extra noch mal gesagt, aber das wird auch alles komplett im Regelwerk stehen. Bitte immer darauf achten, egal wo er startet, immer durchlesen, immer vorbereiten sein. Wenn Sie Fragen haben, das auf jeden Fall, wir haben das auch E-Mail-Adresse, gnbf-academie-for-woman-at-gnbf.de. Sie können immer Fragen stellen und ich würde das gerne so auch, die Antwort geben. Dankeschön und wir hören uns.